Was ist das Spiel heute? Ja, das heute Spiel, das wir kämpfen, aber das wieder Geschlecht getroffen haben. Das normale muss ich denke, dass 20 Punkte mehr getroffen. Das ist leichtes Spiel. Und die Defense ist noch nicht schlecht, aber wir müssen die Arbeit ein bisschen offenschen. Und wir haben das richtige Spiel, das nächste Spiel gegen Hannover. Und ich denke, dass wir besser getroffen, dass alles geht und alles ist gut laufen.